Hey Leute, die ersten Autogramme habe ich gerade gedruckt. Das sind die ersten 8 Autogramme hier. Und die ersten 8 Autogramme haben hier hinten eine Zahl. Das ist bei allen 8 hier, wo ich gemacht habe. So, ich kann auch mal gut das da nehmen. Das ist jetzt noch die 5. Und ich habe mir einfach mal überlegt, man könnte sie auslosen. Und zwar, ihr schreibt unter das Video hier einfach mal eure Adresse und euren Namen. Und dann, wo ihr wohnt, also alles, die ganze Adresse. Damit wir sie euch schicken können. Ich muss dann schauen, ob wir das machen können. Falls nicht, ich werde es euch sagen, wenn ich sie schicke. Wenn ich nicht mache, dann werde ich einfach nicht etwas sagen. Und dann muss ich halt noch schauen, wie ich das mache, ob wir sie verkaufen oder verlosen. Aber so wäre der Plan. Und ja, das waren die ersten 8 Autogramme. Ich versuche immer wieder neue Autogramme zu machen. Also das wäre dann das Normale. Dann würde ich so eine Winter Edition und eine Sommer Edition machen. Ich würde sogar schon vielleicht heute beginnen, falls ihr es nicht wisst. Ich mache dieses Video gerade am Montag. Ihr werdet es wahrscheinlich am Dienstag sehen, weil ich mache es am Abend. Oder auch später. Ja. Also schreibt einfach 8 Leute können aufschreiben für Adresse. Und ich schaue mal, ob ich sie schicke. Ja, falls nicht, dann kommt es nicht an. Falls schon, dann sage ich es. Äh, ja und ich habe hier LEDs an. Äh, was muss ich noch sagen? Äh, ja, ich versuche heute noch die Sommer Edition zu machen und euch irgendwie am Mittwoch zu zeigen. Oder ich lasse es eine Überraschung mit uns am Anfang vom Sommer zeigen. Aber soweit wir das planen. Vielleicht bringe ich mal ein Buch raus. Äh, über Minecraft. Muss mich aber noch überlegen, was ich mache. Ein Komikroman, ein Roman. Es ist natürlich für mich auch noch schwer. Ich habe jetzt die Hausaufgaben schon gemacht. Wegen dem kann ich, ähm, Dach machen. Und ja. Wer ist denn jetzt mit der Information? Dann sage ich, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.